Okay, das heißt, wir müssen nun in das höhere Stockwerk. Ich werde mal die Pistole behalten sollen, aber ich habe ja die Wurfmesser. Das ist ein Knast. Ah, ich kriege immer die Messer zurück, das ist gut. Okay, hier keiner. Ja, versuch mal den Blutfleck jetzt da raus zu kriegen. Ich gucke mir ein bisschen vor mir, wie Outlast mit Knarren. Okay, 26 Meter in die Richtung. Also, dafür, dass 40.000 Soldaten hier sein sollen. Hier ganz schön wenig stationiert. Okay, hier kommen wir nicht rein. Ja, wir müssen ja eh die Treppe hoch. Man kann sich ja ein bisschen umgucken, wegen den Sammelobjekten hier so ein bisschen. Was macht die denn da? Oh, die warten immer noch auf mich. Okay. Macht ihr mal, ich bleib hier. Zeig dir mir in die Richtung an. Hey. Äh, nein. Hä? Äh. 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 Arne! Solberg! Du kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger nok forferdelig, vi må finne ut hva det er. Jeg går du med nøtt og stopperne. Kom igjen. Før du meg? Hæ? Hva har skjedd? Skald i deg? Nei, Weber våger ikke. Jeg får bare de fjell foran. Ja. Hæ? Der kommer flere soldater. Vi må utgå dem. De burde bare dra. Ja, schön, dass wir das wissen, aber ich kann nicht renn, ich kann keine Waffe wechseln. Hvorfor skal vi? Jeg må finne nok i viktig. Føl meg. Ja. Skald i klikker. Jeg vil ha det, jeg vil ha denne. Sie kommer mest gurg. Passt døren! Skald! 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 Diese sind ja ja Okay, von hier kommt keiner. Gut, 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 gut. Schön. Ich habe nur noch neun Schuss. Ich stelle jetzt so wenig Muni. Dammit. Dann geh mal ein bisschen schneller, Muni. Okay, die werden wo, da? Oh, das ist ein Feuer, Mann. Äh, Feuerdings. Alter. Aua, 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 Aua. Aua, 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 Aua. Nein, 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 nein. Oh. Eui, eui, eui. Ich weiß was, ich bleibe bei der. So, wie kriege ich das jetzt in... So, wie kriege ich das jetzt in... Wow. Okay, aber ich bin. Ich bin so großartig. Ich höre die Position, ich weiß, das bester. Und ein hier. Ja, ist... Okay, 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 okay. Die anderen. Ah, komm her, du. Verdammt. Okay, let's go, 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 go. Never going. Mew, 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 mew. Treffpunkt ist... Ach, der Welt. Das passiert, wenn man Kaffeepause macht. Oh! Oh, verdammt. Wieder so ein Feuerheini. Alter, wie viele Kopftreffer... Hält der aus? Alter! Alter Schwede. Na, 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 na. Oh, verdammt. Muni, 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 muni. Treffpunkt halber Kilometer am Arsch. Okay, wir gehen wieder so rum, wie wir gekommen sind. Schön, außenrum. Ist jemand da? Ist jemand da? Nein? Gut. Oh, verdammt. Hier kommen wir ja gar nicht hoch. Sind die alle? Verdammt, wir müssen jetzt voll da rein. Was ist jemand? Chill auf ihn. Woah, 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 woah. So voll easy. Oh oh Ja, da hätte ich vielleicht nicht hin sollen Ähm Ach komm, ehrlich jetzt? Was haben wir hier, was haben wir hier? Es gibt hier 40 Blättergarage Okay, los geht's Einer von denen! Einer von denen! Einer von uns! Einer von uns! Hi! Ich weiß nicht wo es lang geht, aber ich versuch's mal Einer von uns! Okay, okay! Ich folge einfach der Straße, irgendwann kommen wir ja mal an Das ist cool! Okay Das heißt, ich muss da rüber Super! Wir gehen wieder unten lang! Das ist besser! Was? Er ist unfair! Ja 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 Das ist besser! Das ist besser! Ja O kommandun! O kommandun! Fulvay! Inge kommandu. Le doktor mir. Meine Tochter! Es war mir. Lass til billene. Ikke en dråte. Forstår du? Ja. Jeg elsker deg. Stopp! Ned! Ned! Nadje! Ikke en drotten! Njø. Njø. Ich darf hier jetzt hier rumschleichen ohne Waffen. Njø. Das habe ich überlebt? Arte Norwegerin. Oh yeah. Find deine Wärmequelle. Willst du mich verarschen? Oh, was haben wir hier? Haben wir hier was? Spitzhacke. Deine Ernst? Ich bleib beim Messer. Ja, da hinten war ja ein Soldat, den holen wir uns jetzt. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Wo liegt deine Waffe? Wo muss ich hin? Zum Briefkasten, also. Was ist das denn? So einen Schneemann baue. Oh Gott. Okay, hier. Fuhlspuren. Rollen wir. Super. Ah, noch zwei. So, Waffen. Erdermeld. Was ist mal denn das hier? Oh, cool. Oh, schön aufgewärmt. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Cut. Oh, müssen wir lang. Dahin. Hab eins, hab eins. Ja, ja. Du mich auch. Okay, hier sind noch mehr. Wir sind noch warm eingepackt, hier dürfte gar nicht kalt sein. Okay, hier lang. Go, 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 go. Jo, ich gehe an euch vorbei. Was? Alter, hab ich ein Lame. Na komm, lass mich länger. Ne, 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 hier wird nicht geheilt. Nein, 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 nein. Oh. Was treibe ich denn nicht? Nein, 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 nein. Oh, was ist denn? Oh. So, jetzt aber nachladen. Alles gut? Mein Name war auch mal besser. Okay, und da lang. Okay, und da lang. Ach. Ach. Dankeschön. Was haben wir denn hier? SDG4. Oh ja, super. Ist das nicht euer Ernst? Hier kommt mein Tunden? Okay, weiter, 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 weiter. Laufen. Laufen. Nein. Verdammt. Was ist das denn? Was ist das? Da. 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 Bleib stehen. Bleib stehen. Da, da, da. Da. Da, da. 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 Ja, das war ein bisschen nass. Ja, das war das für dich, im Motorrad, für deine Sicherheit. Mama, nicht weg. Du musst aufhören. Du musst aufhören, Mama. Du musst aufhören, Mama. Du musst aufhören. Du musst aufhören, Mama. Du musst aufhören. Ich bin so einfach. Aufstehen! Das, was Mama sagt. Sulwe, wohnen ab! Klar, erstmal schön ein Knickeschen machen. Kniemschen 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 Wie Sie sehen, die überlegte Dokumenten ist die Situation noch schlimmer als wir trodden. Die Fabrik produziert Tungtvann, ein nöckelingredienst in eine neue, gefährliche Bombe, die Tyskern hat. Sie transportieren das in Tyskland im Morgen, und wir müssen sie stoppen. Wenn Sie die Arbeit fertig sind, werden sie die Kraft für die ganze Stadt ausfüllen. Aber sie können nicht glücklich ohne Tungtvann. Millionen von Leben liegen jetzt in Ihren Händen. Sie sind die Arbeit. Sie sind meine Mutter, Solveig. Sie ist jünger als sie sind, und sie ist besser als andere. Ihr Leben, und ihr Leben für alle unsere Kinder, ist abhängig davon, dass Wasser nie muss in Tyskland. Wir müssen für sie kämpfen. Wir müssen für sie kämpfen. Mama! Mom! Das ist der nächste Mensch! dies ist lausende Mann. Das ist Wall, sonn. Bombatoren! Mein eigener Mann! Ihr— Wir messen! Wir messen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017